Hallo, ich bin Uli Potowski, ich bin Sportkommentator und Moderator und so ganz nebenbei schreibe ich auch noch Kinderbücher. Ich habe ja nicht nur in Luxemburg gearbeitet, ich habe ja auch in Italien gearbeitet, in Vipiteno. Da gab es mal einen Sender, der hieß Radio Brennero International, also ein italienischer Sender in Südtirol, vereinfacht das Ganze, weil da wird bekanntermaßen Deutsch gesprochen. Trotzdem war das auch ein internationales Unternehmen, viele Italiener dort, Südtiroler, Österreicher, Deutsche. Das war so, muss ich mal selber überlegen, 71, 72, 73, da war ich mal eine ganze Zeit lang dort, weil ich immer interessiert war an neuen Dingen und an anderen Dingen. Und mal da in den Gebirgsmassiven zu wohnen, das war schon sehr lustig und sehr anders und auch die Menschen waren anders, weil wenn du da aus den Tälern von Südtirol kommst, dann ist es manchmal ein bisschen schwer, über den Berg hinüber zu schauen. Und da musste man sich auch mit Intoleranz auseinandersetzen. Wobei wir Deutschen bei den Südtirolern immer gut gelitten waren, aber die hatten immer Probleme mit Österreichern. Und das war dann auch immer so ein wenig, ein kleiner europäischer Kampf. Wie überwindet man Vorurteile? Wie überwindet man Dinge, die man im Hinterkopf hat und die sich dann doch als falsch gelegentlich erweisen? Und in der täglichen Zusammenarbeit muss man eigentlich dann am Ende gemeinsam Tau ziehen, sonst kommst du nicht von der Stelle. Und das herzustellen auch als Chef oder als Chefkommentator, Moderator, Programmdirektor, das war nicht so einfach, weil da waren schon kulturelle Unterschiede zu spüren. Aber das haben wir da in Italien auch ganz prima hingekriegt. Also ich erinnere mich da auch gerne daran zurück, dass wir da wirklich letztendlich auch eine Einheit gebildet haben. Nicht nur aus dem Muss heraus, sondern aus dem Wollen heraus. Wir Deutschen gucken ja immer in unseren Terminkalender 17 Uhr, dann sind wir auch um 17 Uhr da in der Regel. Und das ist schon so, der Italiener sagt Montag und dann irgendwann, wann ist denn die beste Zeit, um gemeinsam zu essen oder Kaffee zu trinken. Und dann wird das eher etwas lockerer. Es erleichtert die Arbeit nicht immer. Aber manchmal bringt es Vorteile für den Inhalt, weil die Menschen einfach in einer entspannteren Atmosphäre sich dann irgendwann getroffen haben. Also das habe ich schon geschätzt an den Italienern. Auf der anderen Seite war es in der Tat auch manchmal schwierig, wenn man gesagt hat, so um 11 Uhr musst du da sein. Oder um 11.15 Uhr läuft der Beitrag und der war dann erst um 20 nach 11 da. Dann ist das unangenehm. Das ist gar keine Frage. Aber das musste der eine lernen, dass er vielleicht mit den Zeiten ein bisschen, ich nenne es mal, weitschweifender umgehen musste. Und der andere musste lernen, dass er dann mindestens in einem Zeitfenster blieb, damit es keine Probleme gab in einer solchen aktuellen Redaktion. Aber wie gesagt, ich habe das eigentlich genossen und gemocht. Und am Ende hat es auch immer besser funktioniert. Einer meiner großen europäischen Erfahrungen war immer der Domino Day, witzigerweise, den ich, glaube ich, 10 Jahre oder noch länger übertragen habe, aus den Niederlanden. Und da waren ja wirklich alle Nationen. Das war wirklich, das wurde ja auch nach Griechenland übertragen, in die Schweiz, nach Österreich, in die Ukraine, nach Lettland, nach Russland. Russland, keine Ahnung, das waren immer so 12, 13 Nationen, die das übertragen haben. Und diese Aufbauer kamen ja auch aus den einzelnen Nationen. Und derjenige, der das da geleitet hat, das war eine unglaublich akribische Arbeit, 3 Millionen Dominosteine aufzustellen. Der ist dann auch manchmal schier daran verzweifelt. Weil dann war eine bestimmte Nation dafür zuständig, ein Feld aufzubauen. Und die hingen immer nach. Das war so. Und die Deutschen waren eigentlich immer ziemlich vorneweg. Deswegen waren sie nicht die beliebtesten da in der Gruppe. Aber das war das Schöne am Dominoday, wirklich, dass dann die Deutschen wiederum denen geholfen haben, die nicht so schnell fertig waren. Und wenn es vielleicht mal fantasievollere Aufgaben gab, da waren die Deutschen nicht so toll drin. Da haben dann die Franzosen oder die Italiener oder was weiß ich wer denen mal geholfen beim bunten Anmalen von Dominosteinen. Also die Fantasie kam oft aus anderen Nationen. Und währenddessen wir die waren, die für die Ordnung, für die Reihenfolge und für das Funktionieren standen. Und das war so die Arbeitsteilung beim Dominoday. Das liebevolle Miteinander, wenn man dann am Ende gesehen hat, wie sich alle Nationen gemeinsam darüber gefreut haben, dass ihr Kunstwerk ja gefallen ist. Darauf kam es ja immer an. Das war schon beeindruckend, wie die sich dann am Ende, egal aus welcher Nation die kamen, in den Armen lagen. Das ist das Schöne. Das ist nicht wie beim Fußball. Da spielt Deutschland gegen England und Rivalität. Nein, da versucht man oder hat man gemeinsam einen Weltrekord aufgestellt. Das war das Tolle am Dominoday. Und alle Nationen haben da ihren Beitrag zugeleistet. Und dann ging es um den Rekord und nicht um das Gegeneinander, sondern definitiv um das Miteinander. Das war das Tolle am Dominoday. Das war das Tolle am Dominoday.